Test 1, 2, 3, Kamera läuft. Wir führen Ermittlungen über einen Patienten, der 78 an Halloween vier unschuldige Teenager ermordet hat. Er wurde von seinem Psychiater angeschossen, noch in derselben Nacht festgenommen und setzt seit 40 Jahren in Haft. Hallo Michael. Ich habe etwas, was Sie vielleicht sehen wollen. Zum Jahrestag ist keiner aus der Familie zurechnungsfähig. Ich meine, deine Großmutter ist Laurie Strode. Sie wurde fast ermordet. Hat nicht Ihr Bruder all die Babysitter ermordet? Nein, das war nicht Ihr Bruder. Das haben die Leute erfunden. Wissen Sie, dass ich jede Nacht dafür bete, dass er ausbricht? Wieso um alles in der Welt tun Sie das? Damit ich ihn umbringen kann. Dad, pass auf! Der Bus hat den Unfall. Mom, welcher Bus hat den Unfall? Michael ist entkommen. Tut mir leid, hier ist besetzt. Hallo? Er hat auf diese Nacht gewartet. Er hat auf mich gewartet. Ich habe auf ihn gewartet. Schnell, lauf nach Hause und bleib drin! Sie glauben nicht an den schwarzen Mann? Nein! Er ist hier! Michael! Das sollten Sie. Kannst du die Schranktür zumachen? Hey, was macht ihr hier draußen? Es ist Halloween, wir haben Streichel gespielt. Seid ihr etwa allein hier? Da ist so ein unheimlicher Typ in der weißen Maske. Wo? Der wird die ganze Zeit mit uns verstecken spielen. Wo habt ihr den Mann gesehen? Guck! Oh mein Gott. Lauf! Geht nach Hause! Was in aller Welt ist das? Die Tür ist verschlossen. Machen Sie sie auf! Na los! Herr Michael umgebracht. Meine Großmutter hat das Feuer gelegt. Hat's Ihnen keiner gesagt? Was meinen Sie? Dass Michael Myers noch lebt. Niemand kann dieses Feuer überlebt haben. Vor 40 Jahren hat uns das Böse gejagt. Wir haben Michael Myers überlebt. Laurie, was sollen wir machen? Wir wehrten uns. Mom! Unsere Familie wird ihn töten. Wir machen Jagd auf ihn, dann hat das ein Ende. Das Böse stirbt heute! Er wird nicht aufhören zu töten, bis wir ihn aufhalten. Die Spur von Michaels Opfern führt in eine Richtung. Zu Michaels Elternhaus. Jemand ist in unserem Haus. Er macht Jagd auf mich. Aber ich mache auch Jagd auf ihn. Ich will ihm die Maske runterreißen und zusehen, wie sein Leben erlischt. Vier Jahre sind vergangen, seit Michael Myers spurlos verschwunden ist. Hallo? Ich habe ihn ganz sicher gesehen. Er beobachtet mich. Du gibst vor, du hättest es verarbeitet, aber du bist total besessen vom Tod. Was werden sie tun, wenn Michael sie wieder jagt? Denn er wird kommen. Aber dieses Mal fühlt es sich anders an. Er ist gefährlicher. Er hat meine Tochter getötet. Aber heute Nacht töte ich ihn. Komm und hol mich. Loris! Vielleicht stirbt er nur dann, wenn ich auch sterbe. Das alles endet jetzt. Du bist gekommen, um mich zu töten. Also tu es. Es wird auch weiß ich einmalques. Nein, also will ich anissementsen. Aber heute ist ein material. Ich habe mich nur gefangen. Ich mache deinen Rasen auf die E emphas. Ich habe noch ihn Combat. Dann alle müssen wir es. Vielen Dank.